Leo der Lastwagen Oh, wie viel Schnee hier liegt! Scoop, baust du ein Iglu? Der Roboter will auch mitspielen! Oh, der arme Roboter! Guck, guck! Leo, schau mal! Der Roboter sieht aus wie der Nikolaus! Hey, wo willst du denn hin? Der Roboter ist abgehauen! Leo hat neue Teile gebracht! Wir werden ein Schneemobil bauen! Oh, Roboter! Warum habt ihr denn die Kufen stibitzt? Lasst uns die großen Teile aneinander montieren! Das ist die Motorhaube! Das ist die Sitzbank für den Fahrer! Dieser starke Motor wird dafür sorgen, dass sich die Kette dreht! Den bauen wir unter der Motorhaube ein! Hier haben wir einen Lenker! Die Windschutzscheibe schützt den Fahrer vor Schnee und Wind! Und das ist die Kette! Solche Ketten kennen wir von anderen Fahrzeugen! Zum Beispiel von der Raupenkette! Stoßdämpfer! An denen werden die Kufen befestigt! Scheinwerfer und Leuchten! Und zwar ganz schön viele! Fertig! Jetzt brauchen wir aber noch die Kufen! Leo, die Roboter haben sie mitgenommen! Kannst du sie holen gehen? Da sind sie ja! Die Roboter wollen Ski fahren! Wie schnell sie sind! Oh! Oh! Roboter, wir müssen das Schneemobil fertig bauen! Dazu brauchen wir die Kufen! Roboter, wir müssen das Schneemobil fertig bauen! Wir montieren die Kufen! Unser Schneemobil ist fertig! Schaut mal, wie einfach es durch den Schnee gleitet! Wow! Das ist ja toll! Oh, Roboter! Wollt ihr auch mit dem Schneemobil fahren? Springt auf! Los! Haltet euch gut fest! Das macht ja Spaß! Jan! So! Ja! Das macht es gut. Ich hab es darauf hin. Bis zum nächsten Mal Tschüss! E activationYC! Tschüss hier! Durchfüßет! Bähbar es nochint nokt! Doking! Und wenn wir geckrabben sind, 見 Ihnenảo важно diminish! Kuşatres! Untertitelung des ZDF, 2020